Urheberrecht in der Bildung. Was ist denn da die Ausgangslage? Zentral ist erstmal der Urheber. Das ist jemand, der Werke schafft, persönliche geistige Schöpfung, der kreativ etwas macht, was über das Alltägliche hinausgeht. Das kann ein Gedicht sein oder ein Roman, ein Gemälde, eine Fotografie. Das ist nicht an bestimmte Werkarten gebunden, das kann auch ein Film sein. Diesem Urheber, dem steht das Urheberrecht an seiner Schöpfung zu. Automatisch, unwiderruflich, unverzichtbar. Das ist nichts, was er irgendwo registrieren lassen muss, damit es da ist. Das ist automatisch da. Und diese Schöpfung, dieses Werk, das wird eben dem Urheber zugeordnet. Er darf entscheiden, wer und wie dieses Werk genutzt werden darf. Nutzung, das sind beispielsweise das Online-Stellen oder das Vortragen, das Vorspielen, das Verfilmen. Aber ganz wichtig auch das Vervielfältigen, also das Kopieren. Deshalb im Englischen auch der Begriff Copyright, das Recht zu kopieren. Diese Nutzungsrechte, diese verschiedenen Nutzungsarten, auch das Kopieren, die Rechte dazu können übertragen werden und werden das meistens auch, weil in der Regel ja gar nicht die Urheber selber sind, die ein Werk verwerten. Neben den Urheberrechten gibt es auch Leistungsschutzrechte. Leistungsschutzrechte brauchen kein Werk, treffen aber irgendetwas, was im Zusammenhang mit kreativen Prozessen steht. Beispielsweise einfach ein Knipsbild, ein Lichtbild hat ein Leistungsschutzrecht. Oder auch eine organisatorische Leistung, wie beim Filmhersteller, beim Produzent, der nur organisiert, dass Schauspieler und Finanzierung das alles zusammenkommt. Oder jemand, der nur eine Aufnahme macht, ein Tonträgerhersteller. Das ist ein rein technischer Vorgang. Sendeunternehmer haben solche Leistungsschutzrechte, Presseverleger. Es gibt eine ganze Reihe dieser Leistungsschutzrechte und zusammengenommen entsteht dadurch ein sehr weitgehender Schutz. Wir müssen uns immer klar machen, der geht sehr lange. Bei Urheberrechten dauert der bis 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Bei den Leistungsschutzrechten ist der unterschiedlich lang, beginnt in der Regel mit der Entstehung dessen, was da geschützt wird und dauert meistens 50, manchmal auch 70, manchmal auch kürzer. Aber ist auf jeden Fall auch eine ganze Zeit da und dieser sehr weitgehende Schutz geht auch in den Alltag hinein. Ich möchte das an einem Beispiel illustrieren. Ich habe neulich für die Nebenkostenabrechnung meinen Gaszählerstand aufschreiben müssen, habe das um ein Blatt Papier gemacht und im Hausmeister gegeben und natürlich hat das nichts mit Urheberrecht zu tun. Also so eine Zahlenkolonne ist nicht urheberrechtlich geschützt. Weil ich aber keinen Stift zur Hand hatte, habe ich einfach mein Handy genommen und ein Foto gemacht. Und das Foto ist wiederum ein Lichtbild. Lichtbildwerk wohl nicht, aber ein Lichtbild und das ist dann auch geschützt 50 Jahre lang. Und das heißt, dass niemand dieses Foto nutzen darf, wenn ich das nicht ausdrücklich erlaube, dass das auch unter diesem Schutz steht und dass eine Nutzung ohne Erlaubnis sogar strafbar ist. Also, das Urheberrecht geht sehr weit in den Alltag hinein. Nicht geschützt ist hingegen der reine Werkenuss. Also nur ein Bild anschauen oder einen Film anschauen oder so etwas, ein Musikstück hören. Das ist nicht urheberrechtlich relevant. Wenn irgendwo eine Band einen Song spielt, den sie nicht spielen darf, weil die Rechteinhaber das nicht erlaubt haben, dann müssen sie sich nicht die Ohren zu halten, weil der Werkenuss ist eben nicht urheberrecht relevant. Und auch einen Film von einer DVD, wenn sie die DVD anschauen, den können sie angucken, so oft sie wollen. Und sie können das alleine machen, sie können das auch mit Freunden zusammen zu Hause machen. Wenn sie mit Freunden im Wohnzimmer eine DVD anschauen, dann ist das auch urheberrechtlich nicht relevant, weil das nicht öffentlich ist. Das ist im privaten Rahmen. Und genauso nicht öffentlich ist auch, wenn sie eine DVD in einer Klasse anschauen. Zumindest dann, wenn bei der Klasse vorher feststeht, wer alles dazugehört. Also, wenn das so ein offener Kurs ist, wo mal die und mal die kommen, dann ist das sicher auch öffentlich. Aber wenn der Klassenverband feststeht, dann dürfen sie eine DVD in dieser Klasse genauso mit ihren Schülern zusammen anschauen, wie sie diese DVD auch im Freundeskreis im Wohnzimmer zusammen anschauen können. Etwas anderes gilt höchstens für kommerzielle Bildungseinrichtungen. Da sieht man das anders. Aber bei den staatlichen Schulen, da gilt eine Klasse mit feststehenden Schülern als nicht öffentlich. Ganz wichtig ist aber, dass das nur das Anschauen des Films selbst betrifft. Das betrifft nicht irgendwelche Vorbereitungshandlungen. Also, sie dürfen jetzt nicht einen Film aufnehmen, um ihn zu zeigen. Oder sie dürfen nicht eine DVD 30 Mal kopieren und jedem Schüler eines geben. Das ist natürlich davon nicht umfasst. Aber auch unabhängig vom Werkgenuss ist nicht jede Nutzung verboten. Beispiele hierfür wären Zitate. Das wissen Sie wahrscheinlich auch. Sie dürfen auch aus einem Werk etwas zitieren als Beleg für eine eigene Aussage, wenn Sie einen eigenen Text schreiben. Oder die Privatkopie zur privaten Nutzung dürfen Sie eben auch kopieren. Und auch für Bildungseinrichtungen gibt es besondere Erlaubnisse, wenn diese Bildungseinrichtungen nicht kommerziell sind. Und diese Erlaubnis besagt, dass Sie 15 Prozent eines Werkes nutzen dürfen. Also, beispielsweise bei einem Roman mit 200 Seiten Romantext dürfen Sie für Ihre Schüler 30 Seiten daraus kopieren. Wenn es ein sehr kurzer Text ist, sagen wir mal, ein Aufsatz, oder wenn es ein einzelnes Bild ist, dürfen Sie auch den ganzen Aufsatz, das ganze Bild kopieren. Wer darf das nun alles? Ja, einerseits natürlich Lehrerinnen, Dozenten und Ihre Schüler, Ihre Kursteilnehmer. Das ist klar. Aber auch Lehrer, Lehrerinnen, Dozentinnen, Dozenten der gleichen Bildungseinrichtungen, also das Lehrerkollegium, die dürfen das untereinander. Und es darf auch gemacht werden, um Lernergebnisse zu präsentieren, beispielsweise auf einem Tag der offenen Tür, Schulfeier oder auch so etwas wie ein Wettbewerb, eine Mathe-Olympiade. Dafür darf das auch gemacht werden im Bildungszusammenhang. Nicht erlaubt ist jedoch, dass man Inhalte verändert. Also, dass man beispielsweise einen Text verändert, dahingehend, dass er passt für eine bestimmte Situation in der Klasse. Oder ihn anpassen an eine veränderte geschichtliche Konstellation. Das ist alles nicht erlaubt. Und das ist schade, weil einerseits Veränderungen im Digitalen so leicht sind, andererseits aber gerade so individualisierte Inhalte natürlich das Lernen extrem erleichtern. Und auch das Lehren erleichtern. Auch die Nutzung in Social Media ist von diesen Schranken nicht erfasst. Und daher sind Bildungseinrichtungen so froh, wenn sie beispielsweise gemeinfreie Inhalte haben, also Inhalte, wo die urheberrechtlichen Schutzfristen schon abgelaufen sind. Damit können sie nämlich machen, was sie wollen. Aber auch bei Inhalten, die noch urheberrechtlich geschützt sind, können sie sehr viel mehr machen, wenn diese unter sogenannten freien Lizenzen stehen. Also unter Lizenzen, die ganz ausdrücklich sagen, dass sie frei genutzt werden dürfen. Solche Inhalte, die unter freien Lizenzen stehen, werden als freie Bildungsmaterialien oder Open Educational Resources, OER, bezeichnet. Vielen Dank. Vielen Dank.